Victor Ruckwood ist tot. Er griff an, als sich Ollivander mit dem Zauberstab der Hüter verließ. Ich musste mich verteidigen. Bei Godric's Herz. Geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können, das habe ich oft genug gesehen. Aber Ruckwood höchstpersönlich... Er hätte mich getötet, sobald er das Behältnis gefunden hätte. Ich hatte keine Wahl. Sie haben recht. Sie hatten keine Wahl. Sie haben das Nötige getan. Die Zauberergemeinschaft steht in ihrer Schuld. Danke, dass Sie das sagen, Professor. Nun kann es weitergehen. Also gut. Die Hüter warten schon. Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfungen. Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde, wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie Sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten. Und kein Schatten ohne Licht. Nur, weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht doch immer tun. Selbst die Umsichtigsten und Fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Irad. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören. Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind und hinter dieser Tür nichts als ein unberührtes Behältnis vorfinden. Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen ein Einring von unten. Das hoffe ich auch. Aber selbst wenn Sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden Sie es. Konnten Sie Professor Weasley noch erreichen? Ja. Hoffentlich kommen Sie und die anderen bald. Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind. Ich frage mich, ob Renrock hier ist. Geh mir. Wenn seine Anhänger hier sind, kann er nicht weit sein. Wir haben Schlimmeres überstanden, Professor. Geh mir. Beih mir. Geh mir. Kein Kleck. Geh mir. Geh mir. Achtung! Wir müssen weiter. Renrock muss hier den Himmel sein. Nur dieser Bohrer trennt uns noch von ihm. Verschieben wir ihn. Ich rede mir das. Augenblick. Gehen mir. Wo sind die anderen Professoren? Ich sehe sie. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen kommen. Ich lasse ihn. 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 Wir versuchen an einig zu und Euer sino die Erie zukh heil. Die Erie zu. Die Erie zu niemandem. Sieh. Die Erie zu für das coefficientil. Die Erie zuedischen Muslime ein. Wo sind die anderen Professoren? Ich weiß nicht, was euch nichts gehört. Ich weiß nicht, was ich nicht gehört. Ich weiß nicht, was ich nicht gehört. Ich weiß nicht, was ich nicht gehört habe. 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 Bebekel! Spendale! Bebekel! Nachsie! Tendere! Pryst! Bebekel! Bebekel! Achie! Tendere! 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 Bebekel! Hält, ne! Hey, hey, hey! Bist du wohl zu? Oh! Schuss! Noch ein Tor! Nur müssen noch schneller als die letzten beiden! Auf! Nicht besonders... Ah! Wir sind froh, sie zu sehen, Professor Schatz. Wir sind froh, sie sind froh, sie sind froh. Wir sind froh, sie sind froh, sie sind froh. Wir sind froh, sie sind froh, sie sind froh. Wir 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 sind froh. Wir sind froh, sie 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 sind froh. Wir sind froh. Wir sind froh, sie sind froh. Wir sind froh. изei bis Ich meine, aber viele schätzen, die Drachen irgendwie. Ich muss eine Bindung für dieses Urlaub herunternehmen. Du sagst jetzt, das hat geklappt. Jetzt habe ich die Sprennungs. Havana, geladen, Leute. Und hier. Man singt noch! Ich habe sich wieder geschützt. Sehr dank. Ganz schön. Man singt! Ich bin da! Ich bin da. Das war's für heute. Okay, don't. A single. Das ist. Das ist. Dinger. Okay, don't. Oh. A single. Rüstung. Lass uns in die Winde aus. Anfremdloch, vor der Luft. Lass uns zu. Rüstung. Bahn! Alliabend. Anfremdloch! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Was bringst du? Ha, du bist ja also nicht. Das ist jetzt. 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 Den Penteuer. Der Handel. Du helfst mich, die Kauze! Du helfst mich, die Kauze! 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 Das war's für heute. Das ist die Masse. Keine Zunge! Die Schöne mit der Masse drehen! Du hältst mich nicht auf! Kannst du ihn machen? Er ist die Masse. Das ist die Masse. Herr Zunge hier ist die Masse. Das ist die Masse. Dann Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Auf Wiedersehen. Verbringung! 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 Du entkommst mir nicht, Renrock. Geh auf! 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 Bis zum nächsten Mal! Das war's. Das war's für heute. Acheo! 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 Rosada! Steigate! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wasada. Dependent. Quick. Ringo. Dependent. Bugs. Das darf noch nicht sein. Du willst sterben. So spielst du sie, Rembrandt. Das ist das Ende, Rembrandt. Du kannst mich aufhalten. Platius. Und Finger. Da hast du Momente. Das darfst du. Uff. Waus. 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 Das ist ein Moment. Das ist ein Moment. Gassel, ein Pringl. Ich schmier' diese Hand, nicht ganz heißen! Niemals! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's, der Modest! Desenken! Entschuldigung! Entschuldigung! Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Das war's. Du wirst du sterben! Du wirst du sterben! Du wirst du kannst mich auch mal! Wünscht mir diese Macht in den Geist? NIEMAL! Ich gehör das Ding! Ich gehör das Ding! We'll take it. Bring it. Place it. Bring it. It's pretty up. Back. Bring it. Place it. Bring it. Was ist das? Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Miriam hätte sie geliebt, meine junge Freundin. Die Welt der Zauberei könnte nicht in besseren Händen sein. Die Welt der Zauberei könnte nicht in besseren Händen sein. Professor Elea Safik, er war für viele von ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Mary, äh, Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarren. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fake? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch Weises, Tatkräftiges, Gerechtes entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fake! Unglaublich, dass wir Fake verloren haben. Ich kannte ihn nicht so gut wie du, aber er war ein guter Mann. Gut, dass Weasley Fix so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte, mein Onkel hätte das auch gehabt. Ich frage mich, ob Anne mich treffen will. Sebastian, ich kann mir nicht vorstellen, was du und Anne durchmacht. Vielleicht hörst du bald von ihr. Das hoffe ich. Ich lass es dich wissen. Sebastian, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rockwood zu tun. Angeblich hat er dich vor Ollivanders Laden angegriffen. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Die Gerüchte stimmen. Und so war es auch. Aber das ist es nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rockwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was? Was sagst du da? Es war keiner von Renrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Rockwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Es waren die Anhänger. Schon immer. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Nach Rockwoods Bündnis mit Renrock wurde Isadoras Anwesen für beide interessant. Deshalb war Rockwood in der Nacht von Anne's Fluch dort. Er arbeitete mit Renrock zusammen. Als er deine Schwester sah, naja, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er hat sie also verflucht. Und sie für immer verändert. So grausam. Rockwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das sagst. Es war kein Kobold. Ich schätze, ich muss mich bei dir entschuldigen. Die ganze Zeit dachte ich, Kobolde seien der Feind. Aber es war nie so einfach. Ominous hat mit Anne gesprochen. Ob sie mich wohl sehen will? Ich finde es heraus und melde mich, wenn ich mehr weiß. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020